hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom ästhetischsten commander kompass den ihr je gesehen habt denn es geht um ästhetik magic und ihr einfluss auf karten und wir haben heute einen special guest aber eigentlich sagt man zwar ladies first aber ich gibt es trotzdem erstmal jochen der sieht so aus heute als würde er es brauchen was bitte also erstmal freue ich mich dass ich anscheinend trotzdem dass ich immer noch durch ewig schon dabei bin ein bisschen special noch bin zweitens bin ich immer überrascht wie fröhlich ich bin ja vorbereitet darauf dass du sagst hallo und trotzdem macht mich das irgendwie jedes mal unerwartet du trägst blau jochen was ist falsch mit dir ich finde das schön was hast du gegen blau ich habe nicht nur weiße sachen dann jetzt ich habe hier rotes licht und hier eigentlich weißes licht das sieht man aber ein bisschen schwieriger aber wir sollen nicht unhöflich sein denn wir haben einen gast heiho moin hi diese schüchterne weiß die jasmin ich bin eigentlich nicht so bekannt für schüchternheit aber ich muss ja erstmal noch in euren vibe reinkommen erstmal noch in euren vibe reinkommen genau wie schon angesprochen die grundidee ist nach was schmeckt mill oder beziehungsweise wie genau sind setzen magic karten ideen und ästhetiken um und vor allem wie wichtig ist es jetzt eigentlich für uns persönlich ästhetik und deren umsetzung und auch wie baut man vielleicht ein bisschen ästhetik in seine decks ein wie macht man themendecks vor allem und wir wollen auch ein bisschen den vor und nachteil davon diskutieren denn es gibt durchaus vorteile wenn man ein bisschen der ist der den flavor reinbringt weil niemand möchte den schlagen der chips mitbringt und die kleinen flavor stücke die man in sein deck einbaut kann man wie chips betrachten glaube ich du meinst man zermatscht sie bis nur noch krümel übrig sind die dann keiner mehr essen will äh ja okay ich bin scheinbar eine schreckliche person entschuldigung du trägst blau lass mich jetzt in ruhe freddie das ist im grunde jeskai was da läuft mit dem blau und dem weißen rot ja übrigens auch jeskai ist mein erstes spacelinger der gewesen mit kai k also da bin ich ganz langweilig ohne jeden flavor bin ich einfach gut da muss ich den meist genutzten jeskai spacelinger commander benutzen aber ich konnte das ja auch nicht deswegen habe ich stützräder gebraucht egal es geht um ästhetik du hast gesagt das ist ein thema das dir am herzen liegt jesmin das dich interessiert wo du durchaus darauf achtest wenn du spielst und vor allem decks baust ja wenn ich darauf wenn ich spiele dann spiele ich halt auch meistens so also manchmal mache ich halt schon den das play das irgendwie ein achievement unlockt also wenn ich etwas cooles machen kann mache ich gern auch das coole ding aber ich mache eben beim deck bauen unterschied also ich oder ich baue da halt auch gerne eben das ästhetische prinzip ein und ja wer lege mir was was soll das was wie soll sich das deck anfühlen wie soll was soll das aussagen welche elemente möchte ich reinbringen habe ich ein thema das ich einbaue sei es ein mechanisches sei es eben ein flavor thema oder eben eine ästhetik insgesamt so vom vom gefühl und ja das ist natürlich auch ein bisschen sonnen man macht spieldesign für sich selber in dem man vorbaut was für ein erlebnis man haben möchte und da kann ästhetik auf jeden fall ein sehr großer faktor sein also es ist halt nicht nur ja ich möchte gewinnen ja offensichtlich das magic ist ein spiel das eine eine winstate hat man versucht den zu erreichen und wenn der winstate mill ist dann schmeckt es salzig bei den gegnern aber es ist auf jeden fall eine also das gewinnen ist halt es ist halt die nehme ich als gegeben hin dass man das möchte aber der weg dahin ist halt kann interessant sein und wenn man eben nicht davon ausgeht dass man optimieren kann das tut man bei commander ja außerhalb von cedh selten und wenn wir ganz ehrlich sind bei cedh spielt ästhetik auch eine rolle nicht notwendigerweise im sinne von ich spiele komplett äh nischen karten aber eben auf diese ja ich möchte doch auf meine weise gewinnen ich möchte diesen vibe für mein deck haben ja und ja das entsprechend ist es für commander glaube ich noch mal noch mal wichtiger wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte dass in ja äh der vorliebe für für limited formate oder auch in der vorliebe für constructed decks ästhetik gar keine rolle spielt für leute genau denn einer der gründe weswegen ich überhaupt mit magic äh angefangen habe waren eben war eben die ästhetik und wie unterschiedlich alles ausgeschaut hat im gegensatz zu den anderen kartenspielen die ich gespielt habe die halt trotzdem eher zur damaligen zeit äh japanisch angehaucht waren sei es jetzt hat kai judo oder yugioh oder eigentlich auch ein bisschen hearthstone hat diese hat an gewisser weise diese ästhetik mit großen augen und äh hervorgezogenen charakteristiken natürlich wird man es jetzt halt eins zu eins damit ähm vermachen aber diese kindliche fantasy hat ja auch einen gewissen charme damit und dann habe ich halt liliana gesehen auf in innestrat und das ist halt so hm also äh die frau hat es drauf die lässt es äh die lässt sich laufen und halt auch dann wie sowas aussehen kann den ich halt einfach zufällig habe der gute garuk gegen den sie kämpften die ganze story wie sie sich umfaltet und das hat mich dann schon immer wieder das hat sich dann ähm gebührenfrei in meinen kopf eingenistet und äh da habe ich immer wieder denken müssen bis ich halt dann irgendwann auch selbst zum magic spiel gekommen bin und meine erste mein erstes deck war dann auch tatsächlich ein absahn deck glaube ich ja genau es war absahn aber halt hauptsächlich golgari fokussiert und ich glaube das hat auch damit zu tun dass mir halt eben diese ganzen und die kleinen kreaturen aus dem originalen innestrat gefallen hat und ich hab äh glissa gespielt glissa mit mortar pot und an deinen kreaturen ich fand ja äh du zuerst ich wollte sagen dass halt innestrat auch ein gutes beispiel ist wie einzelne magic sets oder einzelne magic welten eben komplett eine eigene ästhetik fahren die man auch wieder erkennt also man kann ja in manchen core sets wo karten zusammengeschmissen werden aus verschiedenen planes erkennst du am artwork der karte oder am flavor text was da los ist und woher das kommt also es gibt ja das origins wo halt color dash drin ist und innestrat und lorwin und man erkennt halt komplett wie unterschiedlich die aussehen man erkennt halt auch ob nissa die halt da ihre heldenreise macht und von der ich sag mal elf supremacy schurken zur helden der gatewatch wird ähm kriegt man auch mit ist die gerade in syndica ist die gerade auf lorwin und das ist halt allein durch die starke artwork identität auf magic karten zu zu erkennen das ist auch innerhalb der sets vor allem finde ich das immer beeindruckend weil ja das die wirken dann wie aus einem guss zum beispiel eben innestrat oder lorwin aber je nach set ist es ganz unterschiedlich wie stark dir das reingedrückt wird also ich finde zum beispiel also bei innestrat ist es schon stärker zu spüren das ist halt alles sehr gothic das erkennt man sehr schnell was dass das eine welt ist bei lorwin fand ich das so cool als ich das zum ersten mal gesehen habe dass das so ganz gängige dinge aufgreift wie elfen und goblins und riesen und feen und das einzige was sie verbindet ist das so ein ganz kleines bisschen sind die off und man weiß zuerst nicht wie und dann sieht man die kithkin zum beispiel die haben diese riesigen augen sonst wären das ja einfach nur hobbits und die sind deswegen ein bisschen gruselig die riesen von lovin sind so ein bisschen verwurzelt sind ein bisschen gruselig die goblins sind einfach total durchgedreht noch durchgedrehter als normale goblins sind deswegen so ein bisschen gruselig und dann denkt man sich ja aber die elfen die sind ja gleich die elfen sind aber dann in ihrer ganzen perfekten ästhetik und dem richtig ekelhaft bösen faschismus der dahinter steckt dadurch sind das im grunde dann die allergruseligsten von allen ja aber sie haben hörner und tüfe sie haben hörner und tüfe das ist ja ja was was sie jetzt bis new capanna hatten sie halt wo sie eben diese puck höllen ästhetik wieder aufgreifen wollten hatten elfen ja keine hörner also man konnte halt fest davon ausgehen elf mit hörnern das muss lovin sein ja und gibt es noch irgendwelche besonderen welten in die ihr euch so ein bisschen verliebt hat weil ich habe in ist gerade als mein anfang wieder genannt mein neuanfang quasi meine reintroduktion ich kann ich kann doch nein ich kann kein deutschland wieder einführung wieder einführung danke es andere ist halt karns und es krasse ist karns ist für mich nämlich so ein beispiel wo ich liebe als es karns war und ich mochte auch fate reforged ich mochte es aber nicht mehr als es dragons oft tag hier war weil dann kam mir nämlich so vor als wäre diese welt diese verlassene welt wo alles sich geändert hat wo die vergangenheit einen immer wieder aufholt wobei die vergangenheit eigentlich gar keinen effekt mehr hat das wurde alles quasi ein bisschen unter den teppich geschoben in dem halt einfach die drachen wieder existiert haben und sehr viel von dem was mich ursprünglich an diese welt gebunden hat was ich so cool fand war dann auf einmal weg ja ich glaube da liegt das nicht am fraktionsdesign also magic schafft ja immer fraktionen seine welt mit denen man sich identifizieren kann also es möchte auch dass wir als spielerinnen uns da einfinden können dass wir eben ästhetische decks bauen können indem wir uns halt dafür entscheiden zum beispiel eben okay ich möchte jetzt madu spielen weil das sind halt die die badass mongolen horden die leute überfallen und da habe ich lust drauf und wenn wir wenn sich madu dann plötzlich sowas wie ja also off brand madu anfühlt mit den drachen ja es ist halt ja kollagan ist halt nicht so nicht so cool wie madu es ist halt einzelne figur es ist keine die identität der leute drumherum wird im hintergrund gestellt für eben das ist ein drache und ja das war glaube ich bei allen fraktionen so dass sie schwächer geworden sind in ihrer identität durch die reduktion auf die dragon lords und deshalb einfach weniger sympathie da war und das world building eben ja eben dass das nicht tragen konnte dass ja das in zwei also zeigt natürlich auch dass dragons up to home run war was flavor angeht halt ein frisches fantasy setting also mongolisches imperium ist halt ein setting das wird wenig aufgegriffen der klassischen fantasy es gibt es gibt halt ein paar wenige roman und sowas die sowas vielleicht machen aber das ist halt nicht was du jetzt in der generischen spiel siehst und das dann halt cool umzusetzen mit fraktionen die was neues machen in magic nämlich dreifarbig richtig in den mittelpunkt stellen mit der funktionierenden draft umgebung und der mana basis das tragen kann das ist ja natürlich etwas was halt neu ist was cool ist und dann ja wir haben hier verbündete farben und es sind drachen und die machen halt was die verbündeten farben in jedem set machen nur halt mit dem drachen drauf ja cool du willst mir sagen dass schwarz und rot aggroßen removal spielt ja oha ja aber das ist interessant das passt eigentlich super natürlich nicht zufällig zum thema der folge heute weil das ist ja genau das was die drachen machen die die khan's und deren stämme sind ja sehr einzigartig und was die drachen dann tun weil selbst die drachen sich gegenseitig hassen sind sie ja immer noch von einer sorte und was sie eint ist dass dass sie den menschen oder generell die nicht drachen halt als diener betrachten und nicht als eigenständiges volk da ist ja selbst romoka wo man noch sagen kann okay die ist zumindest auf ihre weise wohlwollend das ist ja vollkommen egal ob die also was die clans jetzt unter ihr machen solange sie sich an die regeln halten und die eine regel ist halt wenn du dich jemals mit schwarzer magie einlässt wirst du weggebombt aufgefressen und so machen es ja im grunde alle diese drachen die nehmen ja eine essentielle sache weg und machen dadurch ihren ihren stamm ein bisschen flacher und ein bisschen ein stück weit eindimensionaler weil sie eben die beherrschen wollen oder ist halt kein platz für drei farben weil drei farben sind vielleicht ein bisschen zu frei und zu ja zu unkontrollierbar und das braucht der drache halt auch nicht und wieso sollte drache der nur selber zwei farben von mana anzapft jemals eine dritte farbe akzeptieren in seinem herrschaftsbereich wieso ja und du hast dann auch sowas wo halt einfach zurgo nach der zeitreise in kompletter lauch ist und da frage ich mich so ja aber du bist ein drache wieso solltest du nett irgendeinen coolen krieger an deiner seite haben wollen und hast stattdessen zurgo der glockenspieler als herrscher braucht man oft hat lieber einen speichellecker als jemanden der ja aber gut ja sie ist halt hands-on also ja kollagan macht alles selber und hat immer dasselbe gesicht in selfies offensichtlich wie wir mit dem neuen kollagans kommentar das ist stimmt allerdings ja auch das hat ja lang genug zeit zu üben ja aber das also da sehe ich halt also würde ich halt auch sagen dass man also vom die erklärung die du gerade geliefert hast funktioniert hervorragend das ist halt der flavor der geschichte findet sich im set wieder aber ist begeistert halt als spieldesign die leute nicht also es fühlt sich halt falsch rum an so ja das ist ja so das ist ich greife mal den anfang auf mit wie schmeckt mill fand ich übrigens lustig dass für dich mill sidestick schmeckt freddy du hast noch nicht gesagt wonach das schmeckt für mich schmeckt mill wie die eine sache an die man sich gerne erinnern würde weil man die mal im urlaub gegessen hat und man weiß aber nicht mehr wie sie genau schmeckt man weiß nur noch die war gut und so ist ja mill auch weil du weißt genau das sind jetzt karten die sind geil aber ich kann die nie spielen weil du sie mir weggenommen hast die waren am rand meiner gedanken und dann bist du hergekommen und hast die so weggezwirbelt so grindelwald mäßig oder gibt ja mehr zauber die das mit so coolen effekten machen so schmeckt mill für mich wie dieser dieses eine eis im urlaub das cool war und man weiß leider nicht mehr welche sorte es war und was genau drin war und jetzt ist es weg wenn wir schon bei denen bei denen sind dann sind es für mich die pistazien aus dem grund weil wann ist man pistazien so gut wie nie man spielt man mill so gut wie nie aber wenn man es ja dann mal ist dann möchte man gleich so viel wie möglich weil es gibt sehr viele coole designs die deshalb umsetzt die idee zum beispiel dass chase greift die gedanken an er kann die gedanken verändern also sind chase karten die chase haben auf dem artwerk sind oft mill karten bevorzugen mill und dann hast du wirklich so ah er kämpft wirklich gegen mit seiner telepathie gegen leute und sonstiges das ist natürlich cool grund weswegen es aber wie pistazien ist weil du isst es du isst es du isst es dann hast du diese eine verranzte pistazie in dieser ganzen 300 gramm packung die dir alles ruiniert wenn du reinbeißt weil aus irgendeinem grund ist die so bitter dass du danach deinen mund auswärts müsst und du willst keine pistazien mehr für die nächsten drei monate essen bist du dann wieder dir eine packung kaufst beim rewe und dann fängst du wieder an und du kannst schwören das war bloß eine ausnahme und dann hast du es vielleicht wieder aber nein da ist schon wieder diese eine scheiß pistazien in der dir alles ruiniert ja hervorragend ich wollte übrigens noch also bei euch sind es karns of targier das habt ihr ganz besonders ins herz geschlossen habe ich das richtig raus gehört oder ich bin auf karns of targier eingegangen weil es ist nicht ich schätze das auch sehr aber eben ist halt auch ein set dass das irgendwie unvollendet geblieben ist denselben stunt mit man hat erst fünf getrennte ebnen da wird es vereint hat halt alara glaube ich fast besser hingekriegt und ich fand die ein aber ja das sind halt mehrere da gibt es halt mehrere welten die auch unterschiedlich cool sind für mich ich mochte ich mochte jund so als als setting gerne ich glaube drickshaven ist so von den letzten eins was das hat seine fraktionen alle gut designt also dass das hat es auf jeden fall hervorragend kindenkriegs hat ein genre adaptiert also es war halt wieder dieses ich möchte eine ästhetik auf magic übertragen das war halt kein wir wir nutzen dass es magic schon hat um ästhetik zu schaffen sondern wir haben hier ein thema und das setzen wir in magic um und da kommt oft was sehr cooles bei raus also innistrat ist ja auch ein wir haben ein thema das setzen wir top down in in magic um uns ähnlich habe ich es bei würd ich strixhaven halt auch einen einordnen für das sauber schul thema ist natürlich für commander ein zwiegespaltenes set will einen der mechaniken halt null ergiebig dafür ist weil sie im format nicht funktioniert aber abgesehen davon würde ich sagen modernes design und ein homerun im flavor und es hat mir die möglichkeit gegeben weiß und rot zu spielen was weder cops noch soldaten ist hallo also du bist also jemand du sagst eher dass es sind lowerhold farben und nicht boros farben ich muss anerkennen dass es die farben halt von boros komplett übernommen wurden aber ich persönlich würde mir sozusagen so annexiert ja das ist halt die soldaten cops die nehmen halt die nehmen halt sachen weg nein ich also als so als person sind das halt schon farben die ich fühle wo ich sage das sind halt sachen mit denen ich mich identifizieren kann aber es ist halt eher also sozusagen das flavor der karten hält mich oft ab zu sagen da baue ich jetzt ein deck wo ich wirklich lust drauf habe das zu spielen weil ja warum sollte ich halt den soldaten kopf als commander spielen und es sind halt und es sind halt fast alle welche aber ich mag halt eher dieses so halt vielleicht eher die umgekehrte verbindung so ich sage mal den gerechtigkeitssinn von weiß mit dem mit der leidenschaft von rot so für sonn ja vielleicht was revolutionäres das ist wie heißt noch der milli commander aus conspiracy 2 adriana captain of the guard genau die hat ja die hat so ein bisschen dieses revolutionäre drin ist halt immer noch eine immer noch ein soldaten kopf aber sie hat halt immerhin den so die richtige seite gefunden das ist halt auch cool und lore hold fand ich auch einen interessanten ansatz mit diesem vergangenheits ding aber ich würde halt was ich rot weiße rebels würde ich halt gerne mal sehen also man kriegt ja man kriegt ja ansätze davon wie das sein kann dass da halt eben es sind ja weiße helden möglich denen es nicht ums gesetz geht sondern um gerechtigkeit und gemeinschaft ja und es sind auch rote helden möglich denen es nicht um die zerstörung sondern um die leidenschaft geht feldern zum beispiel es gibt auch felden ist herrlich warum haben wir felden eigentlich zum poster ball dieser folge erklärt freddie war das ist ja im grunde felden auf der third path ist die person wo man sagen muss das ist lower aesthetic sinn in einer karte wunderschön in papier gegossen in pappe besser gesagt ja ich glaube es gibt kaum eine karte die das besser umsetzt die idee er möchte seine frau wieder wieder zurück von den toten und er schafft damit diese konstrukte umso nahe zu rankommen und egal wie nah er rankommt er kommt niemals an die perfekte kopie ran oder daran dass sie wirklich wieder lebt und der flavor text ist halt einfach auch sau traurig und er muss loslassen und er lässt ja auch los das ist ja das tolle an felden wenn man seine geschichte kennt das ist ja das wie freddie gesagt hat jemand der versucht etwas wieder herzustellen dem verliebe und dann aber auch weise genug ist am ende eines langen weges voller scheitern und trauer zu sagen vielleicht so wie die so wie der token am ende eben verschwindet wieder aus dem spiel vielleicht ist es okay wenn eine schöne sache ihr ende hatte und ich kann mich daran erinnern ich kann sie nicht wieder herstellen so wie sie war ich das einzige was ich machen kann ist hat kurz wieder daran denken und dann ist es das nächste was daran rankommt lustigerweise hatte ich aber mit strixhaven ein kleines ästhetisches problem genau und zwar war das nämlich das marketing material dahinter ich mich hat dieses überzogen mich hat alles so extrem an diese harry so als würden sie mir versuchen der harry potter themenpark ticket zu verkaufen in diesem schloss kam mir alles riebe das hier sind die golgari goth kids die verrückte dinge haben so cool das ist eine ist wahrscheinlich eine coole achterbahnfahrt mit denen aber ich weiß halt nicht ob ich das halt wirklich so identifiziere mich damit und das war mein problem dass mir wie gesagt einer der großen dinge die ich halt an magic schätze ist eben diese dunkle ästhetik und für mich war es ein bisschen zu kindlich tatsächlich und das ist auch ein problem ist ich zum beispiel mit lorwin hatte was jetzt halt in die andere richtung geht mir war das nicht dunkel genug aus dem grund weil selbst wenn sie dunkle ideen hatten wie ich sage jetzt oder mal viele der adventure karten der bone crusher giants und meins du oder genau l drain sorry mit mit throne of l drain ich habe hier noch ein buch aus den original grimm buch mit den märchen und die sind so viel härter als das was wir halt eigentlich auch einfach normal kennen und ich finde es einfach eine verpasste gelegenheit wirklich hart in die geschichten zu gehen wo die böse hexe in schneewittchen nicht sie ist weg sie hat verloren sondern nein sie wird in einer fass mit nägeln gesperrt und ganz seiten hügel runtergerollt bis sie stirbt und es ist halt so natürlich muss das natürlich nicht so übertrieben sein aber diese geschichten waren hart und das hat alles so verniedlicht wurde in l drain hat mir ein bisschen wenig getaugt dann am ende ich fand l drain jetzt gar nicht übermäßig niedlich also es ist halt es hatte ein paar niedliche elemente aber ja war jetzt auch kein set das überhaupt keine keine düsternis oder sowas hatte mit dem ich bin ja der flexen intruder und so zeug sei cool aber lustigerweise habe ich auch gerade gesucht war das ist so wenn man wenn man daran denkt wie hintersinnig was sein kann ist es halt goldlöckchen und die bären und in dem fall ist es halt einfach ein kleines mädchen das alle bären umgelegt hat aber das ist eher das ist für mich eher auf dem level von einem witz als dass man sagt okay ich verdrehe jetzt die sache in was was klüger ist als einfach nur ein märchen zu erzählen ich mochte die ästhetik eigentlich ganz gern von throne of l drain gerade durch diese verschiedenen höfe und dass ich alles es ist ja im grunde die artus sage in magic nochmal mit diesen ganzen rittern und die märchen sind ja sogar eigentlich nur beiwerk weil es geht ja im grunde um kenrith diesen einen magischen könig und wenn der nicht da ist ist halt alles nicht so richtig okay und natürlich gibt es die gemeine hexe und es gibt den noblen ritter und die gute fee und die böse fee und all das aber es liegt vielleicht auch daran dass es nur ein set war bisher das kann natürlich nicht so mega in die tiefe gehen aber es habe ich bis bei mir jetzt auch nicht als setup gespeichert wo ich sage ja ist jetzt berührt mich tief im herzen das hat es jetzt nicht gemacht nein also es ist es war halt auch eins das viele dieses erzählt geschichten innerhalb von karten was wir ja mit felden bereits erwähnt hatten als einen als das als was das cool ist was magic kann und die adventures sind ja im grunde alle der versuch eine geschichte einer einzelnen karte zu erzählen aber ja es ist es greift halt nicht immer auf die weise wie man sich hoffen würde bei weit mehr als die adventures in dem neuen bald das geht set weil dort sind die adventures sehr oft einfach okay hier ist ein effekt das ist irgendwas was die kreatur macht und dann ist da halt danach die kreatur also es ist halt nicht so ein halt das mit dem dass das einhorn und der ritter halt das ist irgendwie den den reiter findet dass ja das ist eine coole geschichte die man in eins erzählen kann aber ja jetzt ein ja der drache macht einen schatz und fliegt da da rum das funktioniert auch noch hat ein hort angelegt und jetzt hast du halt den drachen der der davon angelockt wurde aber jetzt nen war was ist denn das spannende jetzt an einem counterspell oder an einem an einem self mill frosch das ist halt so das ist das ist halt keine geschichte wo man denkt so ja cool dass das das ist in sich das ist in sich schlüssig sondern die wissen halt mehr wie eben der bonecrusher giant wo die eine ist halt den stomp war und dann ist kommt die kreatur raus und jetzt möchte ich nämlich den umgekehrten schluss machen mir ist die ästhetik von adventures ein bisschen versauert wurden durch throne of eldraine aus dem grund weil die mechanik im spiel magic so oberhand genommen hat für eine lange zeit also bonecrusher giant ist ja in seiner standard periode in diesen zwei jahren die meistgespielte karte aller zeiten gewesen also das liegt daran dass die anderen rechtzeitig gebannt wurden nein die war auch vorher schon gespielt die war in den okodex drin die war in allen schon immer drin und tatsächlich auch wenn ich oku eine coole karte finde wie er sich umsetzt weil er ein richtiges mieses dreck stück ist im spiel und in der lore und in seine wie er seine fähigkeiten umsetzt oku ist bei mir eine halbe stufe unter liana auf meiner hass liste im sinne von du magst ihn als einen antagonisten charakter und freust dich wenn er auftaucht um ihn zu hassen oder du willst ihn nie wieder sehen ich möchte ihn nie wieder sehen ich gebe regelmäßig aus prinzip liana karten ein exil in unser spiel oder exil weil ich jetzt endlich möchte dass es aufhört sie war jetzt ja gar nicht mehr so lange da ja weil die leute offenbar auf mich hören danke wizards oku ist auch nicht mehr aufgetaucht da musste ich es nicht mal sagen das haben sie von allein gemerkt offenbar ja aber genau die müssen ein bisschen dann die mechanik selbst versauert worden eben dadurch weil ich sie nicht mehr sehen wollte und derzeit möchte ich nämlich mal genau auf was anderes eingehen jetzt jetzt gehen wir mal ein bisschen in die spielmechanische richtung denn sagen wir mal wir haben jetzt jetzt wir haben jetzt ein set aus throne of eldraine ich möchte eine geschichte erzählen ich möchte eine geschichte mit meinem deck erzählen in commander und dann sehe ich diese ganzen karten und ich habe keine ahnung was ich da umsetzen kann ich weiß nicht wie ich ein thema finde ich weiß nicht wie ich ein passendes artwork finde oder was überhaupt sinn macht und jasmin du hast ja ein bisschen mehr erfahrung darin themen decks zu bauen weil ich bin jemand der tatsächlich themen deck technisch ne null ist also du baust mechanisch optimiert oder was also wie baust du ein deck wenn das kein thema hat für freddie sind mechaniken tatsächlich so ein bisschen sein thema weil freddie ist freddie fuchst sich in so eine mechanik rein und überlegt sich dann dazu eine geschichte aber quasi eine mechanische geschichte freddie ist für mich immer so ein bisschen wie jemand der so eine taschenuhr zusammensetzt weil er ein zahnrad gefunden hat und die taschen also zahnräder haben ja jetzt außer dass sie ineinander greifen keine geschichte miteinander aber die funktioniert gut aber zum beispiel ich nehme mal ein deck von mir das vielleicht einen flavor aspekt haben könnte oder man könnte ihn argumentieren ich habe einen chatterfang deck das auf artefakte aufgebaut ist es ist ein artefakt control deck das sehr viele food token und solche dinge erzeugt und die dann in andere dinge umsetzt also ich habe geom drin um ein zeug indestructible zu geben und das ziel von dem deck ist es den bane of progress zu holen um mein zeug mit zu zerstören und dann dadurch dass ich die größte kreatur habe und halt wieder diese return to nature mechanik bin ich dann quasi die person die halt den apex predator hat und dann auf einmal liegt eine silvara und ich habe für 14 mana und sonstige dinge man könnte jetzt sagen es ziel von meinem deck aus einer mich aus einer flavor mechanischen perspektive ist es du hast diese ganzen eichhörnchen die haben alle ein stück holz im wald gefunden und sich einen eigenen gott geschnitzt und der gott wird irgendwann größer und wenn der endlich kommt dann zerstört er alles und ihr kleiner eichhörnchen gott das ist halt dann der bane of progress für die das ist ja ja coming of christ quasi den sie dann anbeten und könnte man sagen weil du hast essens ergaben du hast schätze die für die eichhörnchen wichtig sind ihre eicheln oder was auch immer und dann naja kommt halt es great rising of the eichhörnchen aber ich habe ja überhaupt keine in dem sinnen gedanken darüber erst gemacht das ist halt eher was was mir aufgefallen ist dass es halt cool miteinander funktioniert weil meine idee hinter dem deck war tatsächlich okay ich möchte ein golgari artefakt deck bauen außerhalb von den golgari farben und außerhalb von den artefakt farben und ich möchte einfach mit bane of progress das meiste rausholen ja soll ich dir erzählen wie ich meinen golgari artefakt deck gebaut habe okay ja ich habe ein geom deck das ist halt auch ein bisschen ender in flavor mäßig und geom ist halt mehr oder weniger ein mittel zum zweck ist kein deck das kompletten sein commander gebaut ist flavor mäßig denn es ist ein katzen deck ich hatte weil ich habe gesehen es gibt mehrere katzen die mit ab also es gibt zwei katzen lords die mit artefakten interagieren das war mir genug dass ich gesagt habe okay ich baue ein deck das darauf aufbaut und bin dann halt auch relativ schnell auf die cat oven kombo gekommen die eben aus auch aus a drain berüchtigt ist und das heißt ich war grün und schwarz was halt ungewöhnlich ist okay ich gehe in diese katzen futter ästhetik rein und ja es gibt es gibt es gibt es gibt halt food für die katzen und es gibt halt katzen und natürlich sachen die dinge zu artefakten machen weil dann können die katzen halt alle also mit genug überzeugen sie alles aus wie eine vase die man dann so langsam vom tisch schieben kann no 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 genau dann halt eben liquid metal coating und torg und möglichst ins lattice und dann kann man halt eben und dann die katzen wie kassali prideslingers und erster pride cats prides sovereign wo dann immer wenn du angreifst katzen artefakte zerstören genau vielleicht sovereign der ich glaube der muss sogar schaden machen aber genau der der kram ist da drin da habe ich halt halt ein food commander genommen diese beiden farben hatte das war halt zufällig geom der vor kurzem rausgekommen war und halt auch ideal da reinpasst weil mit der mit der mit cat oven kommt ja sehr oft eine kreatur ins spiel die dann halt einfach einen schwung neues essen hinterher bringt und also die katze wird halt immer die ganze zeit gefüttert und kommt wieder und kommt wieder und das löst effekte aus dann habe ich da halt sowas wie einen cross and war ein drin das ist halt eine 3 2 katze mit provoke aus dem onstar block aber wenn die halt unzerstörbar ist kannst du damit halt alle möglichen sachen weg snipe und es ist egal ob die getappt ist das ist halt eine karte nur an dem deck irgendwie nen also es gab keinen grund zu spielen wenn man nicht sagen würde ich halte mich hier strikt an katzen thema aber ich habe mich habe weg gefunden wie die mechanisch nicht schlecht ist nämlich indem sie einfach ganz gezielt ja utility kreaturen weg snipe an kann und so so entwickelt sich das dann halt dann irgendwie ja cool ich nehme jetzt halt keinen gewöhnlichen graveyard hate sondern ich spiele den entrails fiest das ist halt einfach eine 1 1 katze aus auch wieder aus onslaught die einfach kreaturen äh aus dem friedhof frisst wenn sie es nicht kann wird sie getappt sie wird halt immer größer genau da haben wir kat offen ja und äh so hat sich ja so hat sich das dann aufgebaut ich habe auch den hungry links drin und der ist cool ja genau da habe ich auch eine combo also hungry hungry links plus äh plus script rats plus den ähm ja mask mit nexus das heißt alle kreaturen sind katzen und ratten und halt das heißt sie haben alle schutz verratten und ich kann die ganze zeit äh halt schaden und leben in also halt schwarzes manna in schaden und lebensverlust äh umsetzen den tisch abräumen meine katzen also alle meine kreaturen wachsen dabei und ähm ich da ich food habe kann ich auch wahrscheinlich mehr schaden einstecken als die anderen das ist halt keine oho das ist super optimiert kombo aber es ist halt eine die da die da drin ist die finde ich schön ich kann mir auch vorstellen dass geom so jemand ist wenn du was von geom möchtest und dann ist er du findest ihn direkt nicht dann ist er wahrscheinlich gerade in seiner küche wo alles unordentlich ist weil seine 58 katzen um ihn rum rennen und gerade dinge kaputt machen aber er ist halt auch wie so ein bisschen hagrid style niemand der dann sagen würde die müssen jetzt raus sondern nein nein dies ist schon alles in ordnung so wie es ist ja er kann er kann er kann den einfach nicht nein sagen ja und ja sie bringen mir auch immer wieder neues futter also ich verstehe genau ich hatte es mal ähm bei einem weil ich grumgully so cool fand grumgully the generous diesen goblin aus a drain der eben allen nicht menschen plus 1 plus 1 counter gibt dann hatte ich die idee dass ich ein deck mache also ich mache ein elfen tribal so weit so langweilig aber diese elfen wurden gehijackt weil der sagt ja hier nimm diese pilze frag nicht warum diese elfen wurden quasi von grumgully und da waren in dem deck was sind glaube ich noch fünf andere goblins drin und seiner familie wurden die mithilfe der pilze dazu gebracht dass sie denken es gibt die karte presence of gond also du kannst eine kreatur verzaubern und dann kann man die tappen und die erzeugten elf dass sie quasi diese dass dieser ganze elfenstamm denkt grumgully ist die reinkarnation von gond ihrem großen elfen helden und so werden die halt einfach so so von der kost von so einer trickster familie von goblins werden die beherrscht und auch die ganze zeit mit halluzinogenen pilzen versorgt und so habe ich halt ein elfendeck dessen wichtigste stücke natürlich sowas wie dog side extortionist und dann gibt es ja noch andere goblins die gut sind der treasure never zum beispiel die sind goblins in diesem elfendeck das würden die elfen aber nie erkennen weil das sind ja schließlich die erwählten von gond das sind halt nur elfen die ein bisschen anders aussehen aber wer bist du als normale einfache elfe das anzuzweifeln denn du wirst ja stärker dadurch dass deine gottheit unter dir wandelt und so habe ich halt versucht das den meisten nutzen draus zu ziehen dass ich halt wirklich auf alles immer marker drauf krieg und gleichzeitig ein bisschen eine geschichte erzählen kann die mehr ist als hallo ich bin ein elfenfürst ich bringe elfen mit in die schlacht ihr wundert euch vielleicht aber elfen sind mein ding und diese elfen werden euch dann mit ihren elfen fähigkeiten so lange töten bis keine elfen mehr da sind bis nichts mehr außer elfen da sind da fand ich es ein bisschen lustiger dass die einfach ja gehijackt wurden in einem seltsamen pilzkult ja ja schon fast advanced aber die ich werde nehmen wie finde ich ein thema und im commander haben wir halt immer guten hinweis also man muss sich mit dem commander anfangen aber wenn wir commander nehmen oft bringt er einen ästhetischen grundton mit mit grumgully halt schon schon dieses hippie ding und bis zu einem gewissen grad ein sehr offenes tribal synergie ding da kann man halt jetzt man kann ein goblin tribal machen man kann wie gesagt elfen tribal machen wie wir gesehen haben und tribal ist halt oft die halt ich die ersten tribal decks waren halt im wesentlichen ästhetisch also dass leute gesagt haben ich möchte möglichst viele von diesen kreaturen spielen die die ähnlich sind und das waren dann halt im zweifel monst goblins und als der der goblin lord der nicht mal ein goblin war zu dem zeitpunkt also war halt im grunde waren es exakt monst goblins und diese diese eine karte aber wie gesagt hat schnell erkannt das ist etwas was leute wollen die wollen tribal spielen und entsprechend ist seit der kreaturen typ immer wichtiger geworden über die zeit mit dem design und es wird ja immer daran getwiegt was man mit mit kreaturen und tribal machen kann und sozusagen der blick in die in die timeline des commandes ist halt neben dem halt das erste was einem hinweis geben kann okay eventuell gibt es einfach was was ich mechanisch hier reinbauen kann in diesen in diesen charakter und das ist halt schon dann fast automatisch da eben tribe eine bedeutung hat in magic etwas was man irgendwie schon schon gestalten kann in diesem diesem rahmen da gibt es natürlich die plane wo die figur herkommt bei eldraine wird es halt sehr knapp wenn man halt nur ein set zur verfügung hat wo ja figuren aus dieser dieser welt kommt aber wenn man jetzt sagt ich möchte etwas bauen was halt sehr stark in raffnicka oder innistrat oder auch dominaria verwurzelt ist da gibt es einfach genug material um das auch umsetzen zu können das sind halt so weitere flavor dinge dann halt eben so ja was was zeigt mir das artwork ich kann bei grumgalli wie gesagt pilze könnte man machen es wäre man könnte grumgalli halt auch als einen zerliegen deck bauen das eben ja mit plus eins plus eins und und dann proliferate also man findet sozusagen eine mechanik aus dem pilzigen in diesem fall weil die pilze also das geht halt nicht mit allem aber die pilze sind halt zufällig auch einen tribe der mit counter interagiert und in der regel keine menschen sind das ist ja das das schöne also wenn wir jetzt mal bei dem beispiel bleiben grumgalli als commander ist ja sehr weit weil er halt nur eine sache ausschließt und das sind halt menschen und gutes menschen sind selber ein riesengroßer tribe aber da würde ich jetzt sagen okay da würde selbst würde bei meine flavor liebe aufhören ich würde jetzt nicht versuchen ein menschen tribal mit grumgalli zu bauen weil das finde ich dann auch verschwendet wenn man die idee nimmt und sagt okay eine sache kann er gar nicht und die mache ich jetzt damit dann ist er halt auch im grunde nur für die farben da das kann natürlich reizvoll sein wenn man sagt ein bestimmter commander ist hat macht es schwierig zum beispiel spacelinger zu sein aber er macht es nicht unmöglich aber bei grumgalli da bleibe ich jetzt einfach ist es halt okay du kriegst boni für nahezu alles in magic was du dir vorstellen kannst vom avon bis zum seebeast theoretisch gesehen wenn du schaffst es da reinzubauen aber du nimmst die eine sache von der du gar keinen nutzen hast da weiß ich aber auch nicht wo dann der flavor wäre weil was gut ja das ist das ist genau das ist etwas was komplett gegen den commander läuft ist in der regel halt auch nicht so richtig flavorvoll weil die also die meisten commander tun ja schon irgendwas was auch mit ihrer flavor identität zusammenhängt so also grumgalli verschenkt halt dinge das ist ein plus 1 plus 1 count das ist halt sein sein flavor ist dinge zu verschenken felden holt halt eben geliebte dinge aus dem friedhof zurück das ist halt das erst halt das fällt und ding und ja so geht es halt weiter man kann man kann bei den meisten halt auch irgendwas finden was was ist das ding dieser karte und dann kann man drum um bauen also man kann eben dann sehen suche ich mir karten raus die halt einfach vom von der begrifflichkeit halt rein vom ästhetik vom vibe dazu passen also man könnte an alle möglichen karten die das mit liebe oder verlust zu tun haben zusammensuchen und darum halt einen feld dann deck bauen oder wie gesagt halt den alles was mit psychedelik zu tun hat auf auf halt auf grumgalli werfen ja das sind halt so die sachen wie die der commander selber anbietet an an flavor den an dem man sich dranhängen kann man kann natürlich auch mit der mit der schon fertigen idee rankommt so was wie halt ich möchte den themen deck bauen für was ich die revolution wenn ich nicht eben mein rot weißes hatte dann würde ich halt gucken welche rot weißen commander wirken für mich am revolutionärsten und welche karten drumherum und ja das also da kann es anfangen man kann natürlich auch sehr spezifisch werden mit seinen themen ich habe halt schon ich sag mal das werk von bands oder halt märchen als deck umgesetzt also ich habe halt einen dollar kost geführtes is it equipment deck dass die kleine märchen vorgeschichte erzählt das macht mich nur beim anhören da dass du dann die schuhe findest und dann die oberfläche möchtest und dann fliegt ja genau ich spiele natürlich ja genau ich spiele natürlich ein wirst von mehrfug da drin das ist keine gute karte aber die habe ich halt reingelt das ist angellt die muss mitgespielt werden aber ich nehme halt ein paar ich nehme halt ein paar mehrfug tribal karten so rein einfach ein bisschen drin zu sein aber da es in verwandlung geht nämlich halt die equipments rein die alle kreaturen typen geben weil das ist equipment das ist verwandlung das heißt ich habe ein leichtes tribal element was ich da reinbringen kann und dann also dalakos ist halt einer von diesen commandern die machen halt ein kreaturen machen halt ein karten typ egal was die grund aus der richtung ist machen die gut das heißt ich kann sagen ich spiele das best oft der der gabeln aus magic weil dingel hopper und baue die da schmeißt die da rein ja natürlich jitte ist für sich aus gut aber wenn ich da halt irgendwie eine forke rein werfe die mit menschen gut ist dann funktioniert die halten nur aus flavor weil ja okay die wird besser wenn ich ein charakter wenn ich dann mehr erfolg in mensch verwandeln habe diese forke tragen kann aber diese forke gibt halt einfach fliegend und haste und fliegend und haste ist schon mal nicht verkehrt und im grunde ist die forke auch umsonst wenn ich meinen commander habe weil der macht halt zwei manner dafür das ist so ja es macht auf jeden fall sinn in dem in der idee dann themendeck halt wirklich darum zu bauen um ein hartes thema aber bevor ich habe nicht bevor ich dann weiter kommen möchte ich noch sagen es ist zum beispiel auch was gutes weil du hast immer wieder den tribal angesprochen den tribal aspekt und es gibt coole unterthemen die man einbauen kann die vielleicht gar nicht offensichtlich sind die den gewissen flavor bringen und der vorteil wenn wir später noch bekommen wenn man mit flavor gewinnt dann hat man meistens erst aber meistens wins die sich besser anfühlen sogar oder also diesen aha moment weil dann wird irgendwann die pet karte gespielt und die hat irgendwelche komischen synergien ja aber tatsächlich so einen gewissen flavor backup plan einzubauen ist gar nicht schlecht also zum beispiel gut ich nehme jetzt mal die swingen als mystiker die ich glaube fritz hat ja sein janet deck wo er ja die ganzen sphinxen drin sind die unberaten zumindest genau und oder ich glaube auch unesch weil unesch einfach zu stark ist um sphinx tribal dinge jetzt tun und das ist natürlich dann auch sehr stark weil dann hat man eben diese synergie aus die sich überrascht weil tribal bringt halt oft einfach die puren stats on board die die lord effekte die power die vielleicht fehlt wenn man sag ich mal sich auch zu dünn säht also es kann auch wirklich von vorteil fürs eigene deck building sein sich ein unterthema zu suchen das eben vielleicht an flavor angelegt ist weil wenn man sich halt ein zu starkes unterthema sucht hat man halt dann ist das problem dass man gerne mal in so eine dass es unterthema stärker ist als das eigentliche thema und man dann halt ein viel stärkeres deck als man möchte spielt aber es ist halt einfach nicht so schwer ich sage wenn man die ersten 30 40 karten hat kann man oftmals sein sollte man vielleicht manchmal sein deck schauen schauen was sind die wichtigsten karten vielleicht gibt es andere coole synergien die man damit reinpacken möchte also zum beispiel mein torbrand deck hat sechs chandras drin und das hat nichts damit zu tun dass halt jede einzelne chandra so super ist aber sondern weil zusammen kann ich nämlich noch andere kleine pläne machen und ich habe halt quasi dann spaßes halber die schöne und das biest weil mein torbrand ist ja als skaven gealtert und ich habe da noch chandra dress to kill drin und so ist halt die beste karte aber erstens sie ist gut nicht die beste karte in edh holy shit ist das ding geil in one one aber die chandra dress to kill ist halt mehr drin aus rein ästhetischen gründen weil halt die anderen chandras schon drin sind und dadurch dass er auch noch eine gute karte ist vielleicht fliegt sie manchmal unten durch den radar durch ich habe das in meinem akiri deck mein akiri und bruce teil deck ist ja im grunde ist es ein voltron equipment deck und das funktioniert einfach mit der fähigkeit von akiri dass sie sehr groß wird sehr schnell und das bruce das noch schlimmer macht also der potenziert halt den effekt den akiri sowieso schon hat in ein sehr tödliches auf sehr tödliches level hoch und dann habe ich aber geguckt weil die kommen ja von sandika und dann habe ich tatsächlich in ziemlich gutes wie ich finde sub theme drin weil ich ich glaube es sind zehn stück also zehn karten für ein thema finde ich schadet einem deck auch nicht wenn das wenn das thema synergie hat war das ist ja das ding wenn wizards mal begriffen hat dass es ein tribe gibt oder ein ästhetisches verbindendes element oder ein lore element das alle karten verbindet auf einer bestimmten plane dann beeinflussen die sich ja wie du gerade gesagt hast mit lord effekten zum beispiel und das sind allies und allies an sich sind schon finde ich sehr gute enabler weil es reichen ja schon zwei mit einer guten fähigkeit um in fast jedem deck woher die farben passen zweimal mindestens einen sehr guten bordweiten effekt auszulösen zum beispiel alle deine kreaturen kriegen menace und die kriegen wieder menace wenn der neue ally reinkommt und das verstärkt halt akiri und bruce so enorm weil wenn du dann selbst wenn du nur zehn stück da drin hast dann hast du schon mal ein sehr sehr solides grundgerüst von effekten die du relativ gut und wiederholbar nutzen kannst und dann kannst du sogar on flavor bleiben mit akiri und ihr diese captain's claws geben die dafür sorgen dass immer wenn sie angreift ein weiterer ally aufs spiel kommt und das komplette board nochmal aktiviert und das ist halt also ich habe zehn karten ally sub theme da drin weil die halt zusammen für sendiger kämpfen es ist aber spielerisch weil diese mechanik natürlich aufeinander abgestimmt ist auch sehr stark und das hat mich so gut wie nichts gekostet weil das deck dadurch nicht schwächer wird aber ich habe mich sehr clever gefühlt weil ich mir dachte das machen die meisten leute nicht die meisten leute packen so null mana equipments dann noch rein und ich habe halt stattdessen weiß ich nicht bordweit menace bordweit lifelink sowas reingehauen ich würde jetzt noch mal kurz mit was kommen wollen und ich weiß nicht ob ihr mir dazu stimmt mit dieser aussage weil ich glaube die können durchaus kontrovers sein magic hat keine nekromanten inwiefern nicht das wollte ich jetzt auch magic hat magic hat kultisten die dämonen aus aus der hölle holen und wieder aus dem friedhof wiederbeleben oder also große kreaturen und sind selbst komplette lauchs oder sie haben diese sie sind selbst vielleicht super stark machen aber nichts mit dem friedhof die idee hinter den nekromanten in sehr vielen geschichten ist dass sie individuell schon stark sind und stärker durch die magie werden sie sie etwa richtung lichtkönig aus warcraft der selbst haut dir die fresse ein bevor deine zombies überhaupt rauskommt und in magic glaube ich ist josewes so der einzige der wenn er reinkommt selbst individuell stark ist und er kommt mit einer armee aus toten mit einer armee aus monstern er hat diese masse er ist nicht in diesen aristocrats und alles dient entweder als opfer was ja eigentlich auch natürlich der fall ist von nekromanten oder sie sind halt relativ schwach weil sie spielbalance technisch als selbst nicht die starken kreaturen sein sollen weil wenn sie dann weil sonst hast du das problem dass wenn du die reanimierst und die reanimieren was weiter und dann wird weiter reanimiert dass du so diese kette an viel zu starken kreaturen haben kannst und so fehlt mir diese ästhetik von es gibt keinen nekromanten der wirklich eine nekromantische armee aufbaut sondern dann wirklich bloß ich habe meine drei großen tragen und die reichen mir ja um alles einzubringen ich brauche nicht 10.000 fußsoldaten ja mag sein ich suche ich glaube ich glaube wir haben unterschiedliche flavor von nekromanten im kopf also du hast halt eher diesen ich habe zwei ich habe zwei nekromanten typen im kopf einmal der lichtkönig und einmal der halt aus diablo passt auch aber selbst als magier also ich habe zwei ideen der magier der selbst mit zaubert und halt wichtig ist für mich für einen nekromanten dass er selbst eigentlich die stärkste person ist im großen und ganzen seine armee er ist der zentralpunkt er hat keine diener die ihn ersetzen können ich glaube das ist auch was das wir durchaus übrigens in die kommentare geben können weil da könnt ihr mal eure meinung dazu sagen wie das ist zuerst du jaspeen ich habe nämlich eine karte die ist in meinen augen ein perfekter eine eine perfekte nekromantin sogar also ja wie also das ist ja die frage wie fühlt sich nekromantie für dich an ich hätte ich hatte halt eher den sozusagen tatsächlich die toten beschwörer die eben durch die beschwörung von toten und untoten halt an macht und wissen gewinnen und wenn man halt die klassischen ich spamme zombies ich spamme und toten haben will dann haben wir mit geralf und giza zwei leute die exakt das nekromanten flavor abdecken und in mehreren karten auftauchen das war ich war schon kurz davor mir mal eine nekromantendeck zu bauen halt sozusagen wo nur die die toten beschwörer eben in der regel leute aus aus innistrat die sozusagen die die karten im modern frame sind und sonst kommen werden nur alte karten beschworen also alte tote also zombies die das alte frame haben ich bin nie dazu gekommen dass so fertig zusammenzubauen aber das ist das war halt ein gedanke den ich hatte das ist halt eine art von von nekromantie die wir haben die andere art von nekromantie sozusagen zurück zu den wurzeln klassisch griechisch ich weil jemand der eben mit den toten spricht und informationen daraus bekommt da ist obscurer ascendancy die seance karte oder auch seance das sind ja sind halt die karten die das repräsentieren da ich wüsste jetzt halt auch nicht hundertprozentig wer da der perfekte commander ist aber es gibt diesen diesen flavor von hellseherei methoden gibt es auf jeden fall bei magic also ich könnte den haben weil ich habe gerade überlegt was ist denn für mich also du hast ja das gesagt also eine armee von toten und eben selber aber auch ein mächtiger zauberer sein das war ja für ich wichtig freddy und ich habe ich frage mich auch immer es gibt ja unterschiedliche konzepte von nekromanten hast du ja gerade gesagt jasmin das ist halt das kann ja komplett unterschiedlich sein die nekromanten von diablos sind ja noch mal ganz anders als der sauron zum beispiel der nekromant in der herr der ringe oder dem hobbit varina lich queen erfüllt für mich ziemlich genau das was du meintest die hat 4 4 die kann angreifen mit ihrer zombie armee das bringt ihr auch was also die hat tatsächlich einen nutzen davon wenn sie viele zombies hat das ist also was was sie an was sie wo sie dich anstachelt das zu tun weil du darfst dann halt mehr karten ziehen und kriegst sogar noch leben dazu also du wirst du wirst einfach objektiv stärker dadurch dass du mit deiner horde des land verwüstest und du kannst dinge aus dem friedhof exilieren und das ist das was jasmin gesagt hat dann kriegst du halt einen weiteren zombie also du musst halt was du machst dann deine arkane kunde und dafür kriegst du was in dem fall jetzt einen weiteren belebten toten und ich meine mit 4 4 wizard ist eigentlich schon ziemlich kräftig für für magic verhältnisse also der kann 4 4 wizard die kann auf jeden fall den ganzen tag lang andere wizards verhauen würde ich sagen ohne da irgendwie ins schwitzen zu kommen ja ich glaube das ist schon gute also ich habe auch joso west genannt und für mich fällt ja auch in einer ähnlichen kategorie wie eben der joso west aber für mich ist halt die idee hinter den nekromanten erst mal ist aller wichtigste bevor überhaupt die toten magie ich bin ein mächtiger zauberer der toten magie verwendet und der zauberer aspekt den für der finde ich geht in den meisten fällen sehr stark unter weil die idee quasi so wenn man sich zum beispiel den dnd necromancer gibt in dem sinne der kann sich im körper verstecken der kann explosionen aus kadavern heraus machen und solche dinge da ist wirklich der mächtige magie zauberer der zusätzlich seine armee hat und der stärker wird die größe seine armee hat also quasi ich blöd gesagt es wäre wer hätte wer würde joso west seine äh zombies tappen können und mana zu produzieren für den mecht der nur für zauberer verwendet werden können wäre der für mich der perfekte kommander ja okay da da musst du wahrscheinlich was im deck spielen das das macht für dich irgendwer hier auf rexian arters oder sowas aber ja so würde es nicht tappen aber ich hätte zwei vor also wenn ich will sie ja nicht opfern ich will ja ich will ja meine armee behalten ja gut wenn aber wenn wir jetzt im äh ich sag mal im brainstorming modus werden wie bauen wir das deck um den perfekten nekromanten ich hätte zwei vorschläge für dich ich hätte einmal nevenral der kommt rein er ist drei sechs er ist schwer zu verzaubern wenn er wenn man versucht ihn mitzunehmen dann tritt er noch das ganze board um wenn er geht und er macht dir in den schwung zombies wenn du es geschafft hast mit der zauberei und ich sage mir mal das deck ist halt ja im grunde seine zauberei was umzubringen also den sehe ich halt auch als eine als sehr nekromantisch ja und ähm vorschlag b wäre zur der enchanter der als secret commander die ähm äh obscure ascendancy sucht und das deck ist dann halt einfach äh hier spirit jank central also es ist halt espers spirits mit einem secret commander und halt zur der eben ja der halt sozusagen die guten sprüche raushaut weil der mächtige zauberer ist der dieses deck anführt das finde ich cool das finde ich auch einen tatsächlich einen guten vorschlag weil ich finde eine mineral das ist so ein bisschen der hat halt das bild von jemanden finde ich das so du denkst es ist halt ein ganz normaler magier der führt dann seinen zauber aus der alle umbringt in der stadt dann lässt er sie wieder auferstehen und er ist halt aber auch so ein eitler misstsack der sagt wenn ich nicht mehr lebe dann werdet ihr ja auch alle gar nichts davon haben damit ihr wirklich also damit ihr gar keinen anreiz habt überhaupt was gegen mich zu unternehmen dann sage ich halt pass auf äh wollt ihr mich denn wirklich stürzen wollt ihr denn dass ihr alles explodiert nein das ist doch ganz gut so wie es ist oder nicht die zombies sehen doch glücklich aus die durch die straßen wanken da kommt wieder meine äh meine hass bei meine spielmechanische seite rein ich glaube ich könnte eine winreal nicht bauen ohne infinite zu gehen okay da muss man sich halt manchmal beschränken das kann ja auch ein thema sein bei flavor bei flavor decks dass man sagt okay bei einem bestimmten ich habe zum beispiel schon tausendmal über ein riesen deck gesprochen da ist aber nicht der bearer of heavens drin der einfach alle permanents wegbläst wenn er stirbt weil das ist auch ein riese technisch gesehen und auch technisch gesehen könnte ich natürlich den mit brian stout arm für einen rot opfern jemandem zehn schaden rein klatschen und dann selber wenn der wenn der effekt auf den stack geht natürlich mit boros charm verhindern dass meine sachen zerstört werden aber das ist das halt nicht die art wie ich das spielen möchte weil es allen leuten alles zu zerstören das ist halt nicht spaßig und das wäre auch nur insoweit von flavor deckt dass es halt ein riese ist und er wird von einem riesen enabled aber also der flavor wäre da aber das ist finde ich ein gutes beispiel dafür dass man da manchmal einfach einen schritt zurück gehen muss auch elf ball zum beispiel wenn du man kann elfen tribal spielen und man kann elfen total zerstörerisch spielen was auch spaß macht aber es ist ein unterschied übrigens jasmin ich finde die idee trotzdem mit mit sur an sich gut wenn man halt eine andere form von nekromant bauen würde aber nichts wie gesagt das ist halt nicht das persönliche was ich halt aus nekromanten möchte deswegen hoffe ich ein bisschen sogar ich hoffe sogar auf die secret leerst dass das necron deck mir da was macht weil die ja sehr in diese idee fallen von individuell stark also aus der warhammer perspektive und ich hoffe dass da da was drin ist was mich was mich anreizt aber weil wir gerade über riesen geredet haben meine absolute pet karte ist inferno titan aus keinen grund ich will die aber in jedes rote deck tun weil inferno titan macht einfach mir viel zu viel spaß zu spielen weil jedes mal wenn der reinkommt hast du das aufteilen du hast die entscheidung erst spielmechanisch so cool für mich ich bin jetzt ein netter größte fan von riesen aber meine güte wenn ich den bock habe inferno titan zu slammen und anzugreifen und er nicht removed wird weil niemand removed in inferno titan weil alle leute sagen der ist zu schwach und das ist ein riesen vorteil ja ich wollte gerade sagen wir also wir können ja jetzt zeitlich mal dazu kommen dass vielleicht noch jeder so eine so eine lieblingskarte nennt für mich ist übrigens die ästhetik vom inferno titan ist freddie der da grinst wie ein honigkuchen pferd wenn er den spielen kann ich finde den cool artwork mäßig und so ist es nun nicht mal riesen aber der richtige spaß ist eigentlich wenn man sieht wie freddie sich freut wie so ein im toyser ass eingeschlossenes kind mit feuerbällen weil er diesen einen riesen spielen kann ja man kann eine signaturkarte haben die man sozusagen hier das ist mein mein flavor ist dass ich diese karte in mehr decks spiele natürlich kannst du sagen okay ich baue ein deck in dem inferno titan so gut wie irgendwie möglich ist dass denn was weiß ich sag raus als commander und braids of fire und dann wollen wir mal sehen wie groß das biest doch werden kann und wie viele kreaturen es erschießt aber da muss man sich bei freddie keine gedanken machen das endet sowieso immer immer damit dass sowas dabei rauskommt ach ich habe ich habe noch nie mit einem 70 mana in den fire breathing reingepumpt deswegen hast du auch keine so sehr spezifische zahl direkt genannt ja was was wäre denn so deine lieblingskarte ich weiß es immer schwierig aber versuchen wir es mal auf eine runterzubrechen ich kann nicht was weiß ich wald als also die die eine lieblingskarte in magic ich also das ist halt auch ich glaube durch meine ästhetische herangehensweise im sinne von ich möchte dass man deck eine geschichte erzählt das ist ein flavor habe ich jetzt nicht eine lieblingskarte ich karte halt auch soldering wenn ich sage ne ich möchte jetzt lieber irgendwas anderes spielen so das ist ein slot den habe ich übrig und die varianz spare ich mir so das ist halt also ich habe da keinen kein staple der sicher wäre ich spiele halt leaky metal trock übermäßig oft was hat keine flavor gründe sein weil ich das für eine extrem gute karte halt die immer politik enabled das ist halt eine ganz also es hat ganz andere gründe also die karten die ich aus flavor gründen spiele die spiele ich halt in spezifischen decks und da sind sie dann also da ist kann das dann meine lieblingskarte im ganzen deck sein dass eben halt da exakt diese diese karte drin ist die woanders mich halt in keiner weise interessieren würde also jetzt in also ich habe kurz überlegen was was halt jetzt ein sehr cooles beispiel ist was wirklich aus flavor gründen drin ist also ich hatte ich hatte ich hatte bei dem katzendeck ja schon einfach sachen gesagt das ist halt halt ja natürlich der cat oven ist ist cool aber halt eben diese halt der fehler ein sovereign den würde ich halt also das ist halt eine karte die spiele ich nirgendwo anders die würde ich in einem anderen katzendeck wäre das auch nicht mein lieblingskarte weil einfach weil es diesen den kern dieses ganzen decks repräsentiert und enabled und das ist halt ähnlich in anderen decks und vor allem wer möchte wirklich dann die lieblingskarte umbringen ist es manchmal so der die entscheidung so da sind zwei lords und es kann auch spieltechnisch dann gut sein weil dann so der final servant macht ja noch nix und dann nächste runde kommt halt dann liquid metal talk und liquid metal das andere und zwei länder und auf einmal ist man sad und gewinnt das spiel trotzdem deswegen ja aus flavor gründen ich habe du hast jetzt so clever geantwortet jasmin dass es natürlich jetzt können freddy und ich ja nur wirken wie dummköpfe wenn wir sagen meine lieblingsfarbe ist droht aber ich nenne trotzdem eine karte weil es mein allererster commander war also natürlich mein deswegen schon einen besonderen platz in meinem herzen hat brian stout arm und ich mag daran unterschiedliche dinge also ich finde riesen cool das kommt das ist das erste nein eigentlich das erste sie die boros legion super cool findet dann für dich riesen cool und dass die sache die ästhetik die in der karte gut umgesetzt wird ist für mich so es ist egal ob du eine veneral bist und 180 jahre studiert hast oder ob du jetzt ein 1 1 theros legendärer krieger bist oder sonst was oder du bist irgendein bauer aus laurin wenn dir eine riese eine kuh oder ein kuh ähnliches wesen was auch immer brian wirft ich habe es noch nicht rausgefunden was es ist in dein gesicht schmettert endet deine geschichte abrupt an dieser stelle das finde ich ja das setzt brian gut um komm doch du ritter in deiner sehr teureren rüstung komm doch du zauberer nach deinem abgeschlossenen studium komm doch bauer der wütend ist weil ich deine kürbisse zertreten habe boom deine kuh ist dein untergang ich liebe das brian wird mir trotzdem immer removed auch wenn die leute wissen dass ich den liebe weil es halt einfach ein bisschen gefährlich ist wenn man plötzlich ein serra avatar im gesicht kleben hat aber das ist so ein bisschen so meine karte und die boros sache kommt halt noch dazu ästhetik meets karte meets farben in der boros region kann halt auch ein riese kämpfen weil die legion sagt wichtig ist gerechtigkeit oder wichtig ist dann dienst für diese sache wie man gerechtigkeit auch immer auslegen mag in der boros region aber dann ist es egal ob du ein bist oder ein riese du kannst hier kämpfen und keiner wird dich blöd anmachen deswegen weil du teil dieser legion bist und sollen sie dich blöd anmachen dann stehen die anderen goblins und riesen und via schino die stehen neben dir und geben dem deppen voll eins auf die nuss das finde ich cool das hat mich schon immer total gefallen an der boros region ja wichtig finde ich es halt nur hier noch zu noch mal zu betonen ein flavor pick muss kein downgrade sein es ist kein downgrade weil wir spielen hier mit innen power level grundsätzlich wenn wir über normales commander reden wo halt solche optionen nicht so wichtig sind so lasst doch jochens brian stout arm so komisches riesen hähnchen das sagt es ist sarah's avatar werfen seit ein sehr großes reden reden das hühnchen ist doch auch cool es wir bewegen uns in gründe wo man immer dinge an den richtigen enden halt machen kann auch in der flavor eine flavor idee kann vielleicht besser umgesetzt werden wenn man wie jasmin gesagt hat grün spielt grün hat effektiven ramp der billig ist und für jeden für jeden verfügbar ich glaube das ist wichtig weil ja andere farben haben auch massiven ramp und meistens zahlt man dafür muss trotzdem noch das spiel spiel also sonst funktioniert flavor ja nicht wenn du einfach keine länder im deck hast hast du ja auch kein flavor ja klar du musst also man kann halt ich suche die basics nach aus sodass sie das passende motiv haben ja klar das ist halt auch wieder so ein ästhetisches ding aber ja man muss also ich habe gesagt ich spiele wenig staples in flavor decks aber ich spiele halt sachen die eine ähnliche funktion haben ich spiele im piratendeck vielleicht eher shredded sails anstatt abrade oder sowas und manchmal hat das halt den effekt dass das cycling gerade mir die karte zieht die ich brauche oder das halt die vier schaden mehr sind als die drei und den fliegenden commander vom gegner raushauen der dann nicht mir ins gesicht voltron das ist also es kann sogar eine upside sein in dem in dem moment oder es ist ist es halt eine kleine downside aber ich habe eben ich habe eine karte im spiel die eben was sehr ähnliches macht aber im flavor näher ist so ja und äh außerdem wie ich sagt es fühlt sich manchmal einfach sehr gut an zu gewinnen wo ihr uns also wir kommen jetzt halt einmal zum endsegment wir kommt noch eine karte der woche und das wiegen kann ihren podcast vorstellen und sonstiges aber eine sache die ich noch kurz anmerken möchte ist ich mag baumwesen nicht und ich habe sehr sehr oft viel gemerkt dass ich sehr viele tribes die ich nicht mag aus fantasy gründen in grün sind fungi und baumwesen ich weiß nicht wieso aus erster hand was eigentlich in jeder folge passiert zu irgendeinem punkt meistens gegen ende offenbart freddy eine tiefsitzende abneigung oder ein altes trauma weil wahrscheinlich wurde er mal von einem end angegriffen im kindergarten ne die sehen einfach blöd aus überraschenderweise mag ich die sylwen aus fort aus age of sigma ich weiß nicht wieso aber end finde ich blöd und vor allem pilzwesen aber was ihr uns sagen könnt was ihr vielleicht für vorzüge abneigung habt ab in die kommentare abonnieren klingel drücken auf twitter folgen unter at edh unterstrich kompass und at jasmin neiz at the worst rpg jasmin neiz ist der anzeigename auf twitter ich bin super vorbereitet wir lassen dich das einfach selber machen dann machen wir nämlich nicht so viele dumme fehler genau wo findet man und genau man findet mich auf dem discord des commander kompass zum beispiel wo ich irgendwelche halt grundsätzlich politischen karten ein spiel gebe und initiative ein exil aber ansonsten findet man mich dort auch in der kompass liga regelmäßig wo ich versuche mit dem prismatic piper oder dem faceless zu gewinnen das ist halt auch das ist übrigens eine karte wo leute manchmal sagen ne okay ich zerstöre die jetzt nicht ich möchte sehen was passiert ob du das ob du das tatsächlich hinkriegst und ich habe glaube ich die meisten piper wins in dieser in der liga wenn überhaupt keine ahnung ob es was der was die welt spitze an piper wins ist aber ich würde sagen wir behaupten jetzt einfach du bist auch weltweit platz eins mit was was hältst du eigentlich von mein flavor deck indem ich levan kultistin von bier von tiamat als tempel diener von bahamut hab das klingt klingt vielseitig das klingt vielseitig bis absurd ja die mögen sich auf jeden fall traditionell sehr sehr gerne das dnd ding ist ja auch insgesamt sonnen wir übertragen flavor eine ästhetik auf magic und es funktioniert okay gut ähm aber genau ihr findet mich dort im discord wo man das gespräch weiterführen kann ihr findet mich auf twitter at the worst apg ich podcaste auch über nerd themen und ihre intersektionen mit queeren themen der podcast heißt nerd ist der hobby wir haben auch eine folge zu zauberschulen wo wir das dnd buch zu strikshaven rezensieren da könnt ihr gerne mal reinhören außerdem hört man mich ab und an und äh vor allen dingen meine schnittarbeit bei frauen reden über fußball cool das wusste ich zum beispiel noch nicht aber es liegt daran dass ich nie über fußball rede weder mit frauen noch mit männern seien eigentlich doch manchmal rede ich über fußball weil ich mich frage warum leute warum gerade so viele leute in der u-bahn sind und dann weiß ich warum aber das ist hört sich gut an es ist eigentlich auch manchmal ganz gut wenn man einfach über dinge sich was zu gemüte führt wo man nichts weiß in dem fall hast du ja wahrscheinlich expertenwissen fußball war mein kindheitstrauma ganz ehrlich aber das war ein echtes weil jedes coole sport jeder coole sport den ich machen wollte wie basketball hieß immer nee lass fußball spielen und 90 prozent der leute sind im verein und dann fühlst du dich immer scheiße weil du nichts kannst und aber aber gleichzeitig wollen sie kein basketball spielen weil das ist das eine spiel wo ich halt einfach die leute abzocke weil ich kann drei pointer versenken wie ich gesagt habe ich konnte das zeug bist du einfach groß oder nein ich bin nicht groß ich bin einfach extrem treffsicher und kann drei punkte werfen ich weiß nicht wieso ja bei mir war mein also mein fußball ding war halt einfach keine angst vor schmerzen zu haben und ich aufhören zu laufen also klassisch vorstopper und aber technisch am ball kann ich nichts das hört sich an als könntest du deine karte der woche gut gebrauchen um leute umzunieten denn so sieht die finde ich immer aus ja das ist ein pappel halt was hast du mitgebracht ich habe honorwarn schauke mitgebracht und wenn ihr karten wie warren powerstone oder basalt obelisk ohne jetzt combo engine mögt dann solltet ihr euch honorwarn schauke ansehen denn das ist eine das ist ein sehr sehr starker mana rock der nur stärker geworden ist in den letzten wochen ist halt drei mana macht tappt für ein farbloses mana ich kann eine legendäre karte tappen und dieses artefakt enttappen das heißt ich kann sozusagen jede legendäre karte in einen mana rock verwandeln also das funktioniert nicht mit zombie armeen weil die sind nicht legendär aber das funktioniert mit backgrounds zum beispiel die wir jetzt gerade haben das heißt ich kann in meiner command zone halt schon ein background haben der dann geupgradet wird das funktioniert mit den legendären vorderseiten enchantments von den double faced karten aus double faced karten aus xalan die halt auch legendäre enchantments das funktioniert in jedem super friends deck weil planeswalker sind legendäre karten geil und äh das heißt ich kann halt also eine freundin von mir hat ein äh chandra und nissa deck das halt so viel die romanze zwischen den beiden als thema hat um bei flavor zu sein und da wird halt das schauke gespielt und äh macht dann sehr sehr viel mana um irgendwelche fetten x sprüche mit dem thema von den beiden ähm leuten ins gesicht zu werfen und ja es ist wertet halt einfach diese ganzen plansworker auf es ist halt ein fast ein also im gegensatz zu inspiring statuary was halt jedes jedes equipment zu einer mana quelle macht äh kriegt man einfach hier generisches farbloses mana das heißt es ist äh ich würde sagen noch eine spur besser das mana zu nutzen ist ein bisschen eingeschränkter natürlich in den in den quellen aber sein deck in die richtung baut hervorragend es sorgt sogar also es ist macht selbst gears cradle besser indem es erlaubt ohne kreaturen mana zu produzieren oder dark depths oder was es halt sonst an legendären ländern gibt die keinen machen zufällig ja und natürlich äh wird die karte auch besser indem halt wir dieses jahr wahrscheinlich noch 800 neue legendary karten bekommen gefühlt also ich bin mal ein bisschen generös sind uns untere ende ne ich meine honor one shaku ist ja sogar also selbst wenn man nicht sein deck auf legendaries auslegt ist es ja trotzdem gut weil man hat immer mindestens eine legendary und ich würde sagen die meisten leute haben eins plus x an legendaries in ihren decks drin ja honor one shaku gibt dir übrigens keine äh gibt übrigens keine fähigkeit sondern die fähigkeit ist von honor one shaku du tapst halt die legendäre karte das heißt du kannst selbst deinen commander einfach noch für mana einsetzen wenn die einsatzverzögerung noch da ist ja das ist richtig cool das ist ja genau das erzeugt ja diese globale tapfähigkeit durch sich selber ja das ist einfach ein tolles ding also wie gesagt selbst wenn du nur deinen commander hast ist es halt immer noch ein guter mana rock und ich finde den auch cool weil der da sind wir wieder bei ästhetik das sieht fremd aus aber man versteht direkt irgendwie was es ist man versteht dass es machtvoll ist weil da blitze drum herum sind und das ist glaube ich das universelle anzeichen dafür dass irgendetwas stark ist wenn das blitzt dann ist es cool und man erkennt irgendwie seine zeremonielle wirkung obwohl es nicht aus dem kulturkreis kommt wo jetzt die allermeisten von uns her stammen weil seit ein paddel also sieht aus für uns wie paddel aber man sieht direkt das ist anscheinend nicht nur einfach ein paddel oder ein teppichklopfer ist es ein ein ritualisiertes paddel das andeutet dass man dass man leute schlagen könnte und deswegen macht hat also im grunde darauf läuft es eigentlich hinaus mit dem ding so aber jetzt genug gepaddelt wir waren der commander compass mit der jasmin und alles was ich jetzt noch zu sagen habe ist ich halte kurz eine ratte ins bild und ich hau ab tschau macht's gut schön dass du da warst jasmin bei